So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. eine weitere Folge Max Out Monday. Und ich freue mich immer mehr jetzt auf dieses Format, weil ich es selber unglaublich spannend finde, welche Vorschläge zum Maxen ihr unter die letzte Folge schreibt, welche diese Folge drankommen, ob wir alles schaffen, ob es wieder Doppelte gibt, was wir alles zeigen können, ist mittlerweile seit dieser Umstellung auf Zuschauerwünsche nochmal besser geworden. Jetzt sitze ich hier, was ich sonst nie mache, in einem schwarzen T-Shirt, weil ich sage, durch das schwarze T-Shirt wirkt immer alles so blass und komisch und hin und her. Damit das Bild besser wird, habe ich hier aber zum Glück noch ein weißes T-Shirt liegen. Und das passt mal auf, was jetzt passiert. Wenn ich dieses weiße T-Shirt nehme und mir um den Hals hänge, seht ihr den Unterschied. Jetzt ist das Bild auf jeden Fall besser, klarer, deutlicher. Durch das weiße T-Shirt, das ist der Lifehack. Guck ohne, I mit Laumas Käsekuchen. Sieht auf jeden Fall besser aus. So können wir jetzt auch im schwarzen T-Shirt hier Folgen aufnehmen, wenn wir uns einfach da ein anderes T-Shirt als Handtuch um den Hals hängen. Sieht aus wie Samoa Joe. Wir stehen jetzt hier an den Stolpersteinen zu Hause. Wir gehen jetzt mal hier auf das Video vom letzten Maxout Monday. Das war hier das XXL-Special mit Hannes. 100% Hannes, Level 50. Finde ich cool, 731 Aufrufe. Das hat euch gefallen. Da gehen wir jetzt drauf. Da drücken wir Pause. Da haben wir schon sogar zwei Starter letztens noch entwickelt. und gepusht. Wir haben 33 Kommentare. Wir gehen wieder auf Neueste zuerst. Wir scrollen ganz nach unten und gehen Stück für Stück durch. Und wir machen wieder sechs Pokémon. Sechs Pokémon werden heute wieder gemaxed. Anonym 1, 2, 3 vor sechs Tagen. Ein Choreogel vielleicht. Ihr wisst ja, wie ich das immer mache. Ich sage mal, ich gehe hier drauf und ich maxe nur Sachen, wo ich genügend XL habe, um das auf 50 zu ziehen. Und wenn ich ein 100% davon habe, deswegen gebe ich von Haus aus hier vier Sternchen ein. Sternchen ein. Nochmal Sternchen ein. Jetzt klappt es. Vier Sternchen. Und jetzt dann immer den Namen. Choreogel. So. Wir haben ein blaues Choreogel. Wir haben ein gelbes Choreogel. Wir haben alle verschiedenen Choreogel hier. Wir haben das. Wir haben das. Wir haben das. Wir haben das. Das ist irgendwie am flippigsten hier. Das bewegt sich die ganze Zeit. Das macht Faxen. Macht ihr auch Faxen? Schreibt es mal in die Kommentare. Was sieht denn am coolsten aus? Ich finde, das hat Style. Das ist kein Style. Die dürften, glaube ich, alle auf dasselbe hinauskommen. Oder wenn wir das Maxen. 2,638. 2,638. Ist alles das Gleiche. Normalerweise müssten wir aber ein rotes Maxen. Weil das Rode gehört zu uns. Das Rode ist das hier in Europa. Wir werden jetzt das hier nehmen. Das hat nämlich schon die meisten. Also das höchste Level. Da braucht ihr am wenigsten Bonbons. Wir maxen ein Choreogel Power-Up auf 2,638. Wie es tanzt, guckt es euch an. Sehr elegant. Aber gefällt mir irgendwie nicht so. Den finde ich irgendwie viel lustiger. Den finde ich irgendwie cool. Ja, und das ist so ein bisschen so der funny Dude, der einfach nur so Stone da rumhängt. Und der ist bis des auf Koks und der andere, der hat zu viel, der ist betrunken. Egal, es gucken Kinder zu. Also 2,638. Das ist das Erste, was wir gemacht haben. Ein Choreoge vielleicht. Ach so, muss ich noch den Tag dran machen. Tag Level 50. Hätten wir einen blauen Sitz genommen, dann hätten wir gleichzeitig auch ein blaues Pokémon gemaxed. Dann Conan. Das sieht man ganz deutlich. Wer überhaupt die Sendungen guckt und wer nicht. In der letzten Sendung wurde vorgeschlagen, Barrikadax. Galabarrikadax. Habe ich geguckt, habe ich keins. Was ich maxen kann. Später in den Kommentaren kam nochmal Galabarrikadax. Ging nicht, habe ich nochmal gesagt. Ging nicht. Und der zweite Kommentar, der unter der letzten Folge, wo wir zweimal gezeigt haben, dass es nicht geht. Steht, ist Galabarrikadax. Weißt du genau, wer das guckt und wer das nicht guckt. Also Galabarrikadax kann ich nicht. Galalauchzelot oder Shiny Tragoso. Shiny Tragoso. Weiß ich ja schon, dass ich keinen Hunderter habe. Brauche ich gar nicht nachgucken. Wir können aber nach Lauchzelot gucken. Das ist Lauchzelot. Der kommt. Wir brauchen 296. Haben wir nicht. Können wir leider nicht machen. Wir haben zwar einen Hunderter, der ist auch Best Buddy, aber es fehlen uns die Porrender-Bonbons. Wir haben nur 76, auch wenn wir nochmal 87 umwandeln. Geht das leider nicht, liebe Conan. Baloo sagt. Razav, Panzer, Aeron oder Pelipper. Razav. Mir wäre sogar, als hätten wir schon ein Razav gemaxed. Nö, haben wir nicht. Hä? Dann maxen wir ein Razav auf 296. Dafür müssen wir hier kurz was umwandeln. Hier brauche ich ein 5, glaube ich. Ja. Ein Razav gemaxed auf 2586. 100% mit Grübchen an Stirn dran. Kriegt auch den Tag Level 50. Das heißt, wir können die zwei anderen eigentlich jetzt weglassen. Panzer, Aeron und Pelipper. Du könntest also, wenn du immer noch an Panzer, Aeron und Pelipper interessiert bist, die unter diese Folge schreiben, dass die vielleicht das nächste Mal drankommen, wenn es funktioniert. Denn wenn einer sechs Tipps abgibt und wir einfach von dem sechs Stück machen, ist ja schade, dann kommt ja jemand anderes nicht dran. Razav hat funktioniert. Baloo hat hier einen gehabt. Ein Zapdos oder ein Glaciola wäre gut, sagt der Bülent. Zapdos habe ich ein 100er. So. Problem ist, da fehlen auch die XL. Weil der seitdem noch nicht wieder vollwertig da war. Der ist auch Best Buddy. Den würde ich dann natürlich auch gerne hochziehen. 3.900 würde der kommen. Fehlen jetzt aber die XL. Und was war das andere, was da stand? Ich habe es schon wieder vergessen. Ein Glaciola. Glaciola müssten wir auf Level 50 haben. Ja, Level 50, 100%. Glaciola ist schon da mit 3.535. Also. Aber danke Bülent. Das mit Zapdos möchte ich auf jeden Fall machen, sobald das möglich ist. Oh, Conan nochmal. Ups, Barrikadax war ja schon. Hat ja doch geguckt. Grüße gehen raus an Conan, der Barbar. Dann aber hier. Lennart. Level 50. Schnurrgarst, Kabufala, Farbigel. Kabufala, kann ich dir schon sagen, habe ich keinen 100er. Schnurrgarst. Schnurrgarst. Äh, Schnurrgarst würde funktionieren. Machen wir einfach mal. Level 50 Schnurrgarst. Ähm, da kriegt ihr jetzt den Tag, weil das stande vor dem. Aber hinten stand ein Farbigel. Farbigel wäre sehr interessant, aber da braucht man erstmal einen 100er Farbigel. Ich bitte euch. Wie soll man einen 100er Farbigel kriegen? Kannst du nicht brünen? Kannst du nicht raiden? Kannst du nicht snipen? Kriegst du nicht? Wir haben zufällig einen 100er Farbigel. Aber wir haben keine Bonbons. Wir haben 169 Farbigel XL. Das heißt, das hätte nicht funktioniert. Selbst wenn wir umwandeln, würden wir nur 24 Bonbons noch dazukriegen. Wie hoch der kommt, bleibt erstmal ein Geheimnis. Aber das wäre auch was. Wäre der heute gemaxed, wäre das das Titel-Pokémon. Wir brauchen ja nämlich eins, was wir in den Titel schreiben dann. Also Lennart, Schnurrgarst, hat gepasst. Hattest du doch falsch geschrieben. Jena. Nun bin ich aber echt traurig. Dabei ist das blaue Florges. Das hübscheste meiner Meinung nach. Gut, dann max bitte ein Prima-Rene. Das ist ja auch blau. Prima-Rene. Habe ich glaube ich auch noch nicht entwickelt. So, deswegen zeigt es dir nichts an. Wir gehen aber mal hier drauf. Ihr seht, Robball. Das haben wir bei den letzten, die letzten zwei Starde haben wir ja auch gemacht. Auch wenn die Teile sicherlich irgendwann einen Sea-Day bekommen. Maxen wir die trotzdem jetzt mal. Wir nehmen den kleinsten, lassen wir so wie er ist. Den mittleren ziehen wir einmal durch. Das ist dann die Hunderter-Familie voll. Robball zu. Ich kenne den Namen leider nicht. Das ist alles neu. Ich kenne nur die erste Generation. Ich sage es immer wieder dazu. Robball. Digitiert zu. Digga, der hat digitiert gesagt. Komm, den hol mal uns. Marie Kek. So ein richtiger Kek. Also der sieht auch lustig aus. Oh, wie der da über den Boden schmiert. Gut. Das ist aber das Höchste. Das heißt, wir machen aus dem Ball noch einen Kek. Und machen aus dem Kek ein Primarene. Genau, Primarene. Und das Primarene tun wir dann Maxen. Ich glaube, das ist das, was ich dann auch in den Titel schreiben kann. Weil es wohl das interessanteste, neueste, clickbaitigste Pokémon momentan ist aus der Folge. Das entwickeln wir also auch. Das ist auch sehr gut für GBL, habe ich gehört. Durch seinen Typ, durch seine Attacken, durch seine Vielfalt. Ich weiß nur nicht in welcher Liga gerade. Hyperliga auf jeden Fall. Ist das auch Meisterliga relevant? Dann wäre das ja auf Level 50 eine feine Sache. Primarene. Setz dich mal hier. Sei mal ruhig. Und lass dich mal pushen auf 3618. Tongekiss kommt gerade mal auf 3, 8 oder was. Also der ist auf jeden Fall brutal. Da werden wir jetzt auch wieder einen Tag dran machen. Das ist ein Primarene. Level 50. 100 Prozent. Wie es einfach da rumsitzt und chillt. Warum nicht? Ist, glaube ich, das vierte Pokémon jetzt, was wir haben. Jena hatte also Glück. Ja, Jena, Lennart, genau. Hier Balou mit dem Rasav. Rasav und Choreoge von Anonym. Das heißt, wir brauchen noch zwei. Der Paul. Capufala oder Huthut? Huthut? Müssen wir mal gucken. Capufala, wissen wir ja. Geht nicht. Aber bevor wir Huthut maxen würden, würden wir ja Noctu maxen. Noctu können wir auch maxen. Wir maxen also Noctu. Also immer die Weiterentwicklung. Ein Noctu auf Level 50 bei 2288. 2288. Passt Tag 50 dran. Wenn ich irgendwann nur fünf Vorschläge habe und der sechste ist Huthut und ich habe schon einen Noctu, dann würde ich auch einen Huthut maxen. Das ist gar nicht so kompliziert. Das System, was da dahinter steckt. Dann hat man nämlich irgendwann alle Weiterentwicklungen auf 50 und auch alle Vorentwicklungen sogar mit Hut. Ein Huthut mit Partyhut. Warum nicht? Der ist jetzt also auch auf 50. Genau. Ein Galagladi. Achso. Gabriel. Klarholz. Ein Galagladi, Raikwasa, Raikku oder Schlabbo wäre richtig cool. Raikwasa und Raikku. Kann ich dir erst mal zeigen. Raikwasa ist auf Level 50. 100 Prozent. Der ist schon da. Raikku. Ist nicht auf 50. Ist aber 100 Prozent. Problem ist, der war seitdem auch noch nicht wieder vollwertig da, sodass man da Bonbons sammeln könnte. Würde ich auf jeden Fall, wenn er zurückkommt, auch nochmal maxen, weil der so genial ist. Schlappohr oder Galagladi. Galagladi müsste eigentlich auf 50 sein. Hier haben wir einen so, hier haben wir einen da. Nö, der ist nicht auf 50. 100 Prozent Galagladi. 100 Prozent Glücks. Galagladi. Konfusion Nahkampf. Fußkick Nahkampf. Keine Haddicida-Attacke. Eigentlich würde man das Glücks-Pokémon nehmen. Wir nehmen einfach mal den hier, weil der ist schon hier Best Buddy. Maxen den mal auf 3497. Machen da den Level 50 Tag dran. Weil wir so gut drauf sind, maxen wir den einfach auch noch hinterher. Der ist ja günstiger. Seht ihr ja. Dann haben wir gleich beide gemaxed. Ist ja dasselbe Pokémon. Kommt ähnlich nochmal dran. Machen wir jetzt aber hier. So, auch hier noch den Tag dran. Level 50. Ansonsten stand dann noch Schlappohr dabei. Das war jetzt das sechste Pokémon. Das heißt, alle, die nicht dran kamen mit ihren Vorschlägen. Schreibt eure Vorschläge. Die nicht dran waren einfach nochmal hier drunter. Nächsten Montag werden wir wieder sechs Pokémon maxen. Und ich feiere das Format wirklich. Mir macht das mega Spaß. Also, Grüße gehen trotzdem noch raus an Patsch, André Speck, Christina Bonsack, Marvin Hanisch, XD Playing, Killer YouTube, Nico, Luca Haschler, Elke Kaiser, Mick Juli. Wie genial ihr zwei seid. Einfach viel Liebe euch zwei. Benjamin Engel, Leander W., DH Streiger, Albert Giant, Alexander Ahringer, Marc Niemals, Justin Strehl, der Boss Basti, Gossi Bierschanga und dann war's das. Ich kann leider nicht alle Sachen in einer Folge, sonst gäbe es gar keine Folgen mehr. Aber immer die sechs Ersten werden gemaxed. Beziehungsweise, wenn halt was ist, was schon gemaxed ist, fällt das ja raus. Und dann sind es natürlich mehr als sechs Vorschläge, die dann trotzdem vorgelesen und gezeigt werden. Das war's jetzt mit der Max Out Monday Folge. Wir können euch nochmal das Primarene zeigen, weil das ist das Titel-Pokémon. Primarene, zack, zeig mal hier, mach mal drauf. Schaut's euch an. Primarene, Level 50, Max. Bitteschön. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich maxen soll, schreibt's in die Kommentare. Nächsten Monat sehen wir uns wieder und heute Abend chill mit Ramses. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao.